Der Hafenarzt ertränkt seinen Liebeskummer in Alkohol und prallt bei einem Ausweichmanöver mit seinem Jeep gegen einen Baum. Ganz andere Probleme belastet indes Dr. Peter Sander. Seine Frau in Deutschland will sich scheiden lassen. Und der Kinderarzt bekommt geheimnisvolle Liebesbriefe. Klinik unter Palmen, Dienstag um 20.15 Uhr auf Anixel HD Serie. Oder schon vorab in unserer Mediathek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017